Wer seinen Unterschrift nicht gegeben hat, wer kein Bild hinterließ, wer nicht dabei war, wer nichts gesagt hat, wie soll der zu fassen sein? Warst du das? Wer nicht dabei war, wie soll der zu basten sein? Was hat das für selten mal gesagt? Also mit dem Fassen meine ich. Fassen wie begreifen oder fassen wie schnappen? Ist mir scheißegal. Wie basten. Keine Ahnung. Das ist doch eigentlich nicht mehr. Das ist doch eigentlich nicht mehr.